Wir alle brauchen ein Zuhause. Es wurde uns in die Wiege gelegt und ganz gleich, wie wir es definieren, wir brauchen es wie die Luft zum Atmen. Wieso schaffen wir uns dann nicht ein Zuhause nach unseren Träumen? Wir reden zwar von Smart Homes und versuchen unser Leben immer weiter zu optimieren, warum denken wir aber dann nicht über unsere eigenen Wände hinaus? Lasst uns smart miteinander leben und neue Wege gehen. Für unsere Familien über alle Generationen hinweg. Mit mehr Platz zum Entfalten und dabei doch näher zusammenrücken. Schluss mit den langen Wegen. Wir schaffen uns ein Quartier mit allem, was wir brauchen. Mit Kindergärten für unsere Kleinen, Gastronomien für den Genuss, Räume für Kultur und Gesundheit, Büros zum Arbeiten und alles weitere für unseren täglichen Bedarf. Und dennoch gleicht kein Quartier dem anderen, da wir der Meinung sind, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. So entstehen aus Nachbarn Freunde. Ein Quartier so nachhaltig und anpassungsfähig mitten in der Stadt. Ein Zuhause für heute und morgen. Eine Investition in das Leben selbst. Unser Stadtquartier. Unser Stadtquartier.